3, 2, 1, Christian Brates auf der Joggerstrecke hier in Aschach neben den Bienenstöcken und wir werden den Beweis antreten, dass hier niemand so leicht gestochen wird, wenn man ganz normal vorbeijockt. Und Christian joggt doch ganz normal. Macht den User im Bolt des Ö3-Teams. Christian, wie viele Bienen haben dich auf deinem Run, auf deinem fantastischen Run begleitet? Keine einzige jetzt lustigerweise. Sie schwirren durch die Gegend, aber sie schauen relativ harmlos aus. So wie du, sie schaut auch sehr harmlos aus. Ja, harmlos, liebt, nett. Sie hat auch gut getarnt mit deiner Tarnkappe. Ja, sehr schön, sehr aerodynamisch. Jawohl, großartig. Glänzende Aussichten hier mit Christian Brates.